Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 31. März. Heute haben wir dabei Snap, Facebook, LinkedIn, Google Meet und WhatsApp. Ja, beginnen tun wir mit Snap. Die arbeiten jetzt anscheinend an einer AR-Brille und an einer Selfie-Drohne. Also die AR-Brille ist dann praktisch der Nachfolger zu den Spectacles, das war ja die Kamerabrille, die Snapchat vor ein paar Jahren auf den Markt gebracht hatte. Und die AR-Brille soll allerdings sich nicht an die Endkonsumenten wenden, sondern eher an Creators und von daher bin ich mal gespannt, ob die denn wirklich kommt, wie vermutet im Mai. Da haben die auch eine Developer-Konferenz und da soll es passieren. Und die Selfie-Drohne, die war schon lange im Gespräch, da hat man auch schon ordentlich Geld reingesteckt und da sind wohl jetzt die nächsten Schritte gerade am Tun. Ist noch ein bisschen, ja, Gerüchtebasis, aber ich glaube gerade die AR-Brille ist sehr konkret und die werden wir sehen. Nächstes Thema, Facebook. Die haben jetzt die Möglichkeit eingeführt, dass man bestimmen kann, wer einen Post kommentieren darf. Das kennen wir auch schon von Twitter, da gibt es auch so eine ähnliche Funktion. Aber nun kann man auch bei Facebook festlegen, dass entsprechend nur Leute, die beispielsweise oder Firmen in einem Post markiert wurden, dass diese entsprechend nur kommentieren können. Oder aber man beschränkt es wirklich nur auf seine Freunde. Ja, also auf jeden Fall eine Sache, um vielleicht auch sinnlose Diskussionen und Rolle einzuschränken, die man vielleicht mit Bedacht, aber trotz allem auch mal öfters nutzen sollte und könnte. Ja, Clubhouse. Ich nutze das eigentlich gar nicht mehr. Ich glaube auch, das war ein großer Hype. Ich kenne Leute, die benutzen es immer noch täglich. Aber es hat natürlich eine sehr nischige Ausrichtung gehabt. Aber andererseits war es auch ein relativ einfaches Feature, was zu kopieren war. Da hat man ja auch schnell gehört, dass andere Unternehmen sich dran machten. Twitter hat ja relativ schnell schon ein Audioformat, ein vergleichbares. Und nun kommt auch LinkedIn. Die werden eine Audiofunktion à la Clubhouse in ihren neuen Creator-Modus integrieren. Und ja, da macht das durchaus Sinn für mich. Auch gerade, weil es mit einem entsprechenden Business-Profil von einer Person verlinkt ist, sollte das zu guten Inhalten und auch sachlichen Inhalten führen. Und gleichzeitig kann man sich natürlich gerade über so ein Clubhouse-ähnliches Audio-Feature auch wieder als Experte in einem Bereich platzieren. Ich glaube, das macht Sinn. Mal schauen, wann es wirklich kommt und wann man es einsetzen kann. Zum Beispiel LinkedIn Live ist ja auch noch nicht für jeden verfügbar. Was aber immer noch verfügbar ist, das ist Google Meet. Das war ja schon ein paar Mal angekündigt, dass das eingestellt wird. Also die freie Verwendung, die Google für die Videokonferenz-Software Google Meet entsprechend wegen der Pandemie ein paar Mal verlängert hatte. Und jetzt ist es eben entsprechend wieder verlängert worden. In der freien Version kann man bis zu 24 Stunden online mieten. Das wird wohl kaum eine ausnutzen. Und das Ganze geht jetzt erstmal bis Juni diesen Jahres. Und es würde mich nicht wundern, wenn wir dann noch einmal verlängern. Ja, WhatsApp und WhatsApp Payments, also bezahlen über WhatsApp, Peer-to-Peer, das war in Brasilien schon letzten Juni ein Thema. Da hat nämlich Facebook diese Möglichkeit ausgerollt und konnte sie direkt wieder einrollen. Denn die Zentralbank von Brasilien hat gesagt, nö, das ist ein Finanzdienst, das dürft ihr nicht und fertig aus. Und jetzt gibt es ein Update dazu. Die Zentralbank hat Facebook, nicht Facebook, doch klar, weil Facebook steht hinter WhatsApp, also Facebook und WhatsApp, die Genehmigung erteilt, dass sie das machen dürfen. Und da wird man nun via WhatsApp und in einer Zusammenarbeit mit Karten von Visa und Mastercard in den Messenger sich gegenseitig Geld hin- und herschieben können. Ja, bin mal gespannt, wann wir das in unserem Breitengarten sehen. Gerade viele von diesen Peer-to-Peer-Payment-Lösungen, die es ja auch zum Beispiel von Apple gibt, sind ja bei uns noch nicht aufgeschlagen. Ja, und das war es dann auch schon für heute. Ich wünsche euch einen großartigen Mittwoch, Bergfest. Freitag ist ja kein Freitag, da werden wohl die meisten frei haben. Von daher sind wir eigentlich schon im Endspurt für die Woche. Und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.